Ja, hallo, ich bin Silvia. Ich habe die Instant Change Methode in einem Workshop letzte Woche bei Daniel Weinstock kennengelernt, einen Ganztages Workshop. In diesem Workshop haben wir schon sehr viel über die Methode erfahren und ich fand es sehr, sehr spannend, wie es möglich ist, Blockaden in so schneller Zeit aufzulösen. Natürlich wollte ich dann das auch wissen und auch bei mir spüren, wie es funktioniert und so habe ich das Angebot mit diesen drei Behandlungen sofort gebucht und ich durfte diese dann bei Sandra buchen und auch beziehen. Und das ist jetzt bereits geschehen und ich muss sagen, die Blockaden, die mich als Geschäftsfrau vorher geplagt haben, die sind irgendwie von mir gewichen. Ich sehe meine Aufgabe als Unternehmerin heute nach diesen drei Behandlungen viel leichter und ich fühle mich auch viel leichter an und ich habe auch erkannt, dass es auf eines drauf ankommt. Wie will ich es haben? Und genau mit diesem Slogan werde ich jetzt weitermachen. An Sandra möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen. Sie ist eine sehr wertschätzende Person und sie ist einfühlsam und vor allen Dingen extrem kompetent. Sie konnte sich in meine Situation sehr gut hineinfinden und hat mir auch noch ein paar wunderbare Ratschläge mit auf den Weg geben können. Herzlichen Dank Sandra, herzlichen Dank Instant Change für diese wunderbare Erfahrung. Liebe Grüße Silvia Liebe Grüße Silvia